nordfriesischen marsch in unserem unserer kleinen farm mit dabei ist der pjörn und der pascal ja genau wir sind aktuell am sonnenblumen ernten einmal fällt eins und fällt fünf und was dann pjörn fangt du auf fällt links schon an drüben und danach machen wir noch die 17 genau da müssen wir aber dann die schneidwerke mitnehmen da haben wir irgendwas anderes ich glaube weizen oder gerst oder sowas gepflanzt ich weiß es nicht mehr aktuell ich guck grad mal es ist auf jeden fall was ist denn acht dinkl haben wir da gepflanzt so machst du machst du denn da stehen und dann fang du an und ich setze mich direkt daneben aber ja das passt hier nicht mehr da hast recht ja aktuell sparen wir auf weiteres feld eventuell oder halt auf die zuckerfabrik da hat man ja schon das öftere drüber geredet aber mal gucken was kommt denke erst für die zuckerfabrik sein weil wir haben auch ein haufen rüben stehen muss im kurs mal gerade anpassen jetzt sagt mir nicht dass du nicht im chip doch jetzt bin ich drin ich vergesse dass meine maustaste gerade nicht funktionieren deswegen hat er dann mal kurz schlenker gemacht ach so ich mache auch schlenker so jetzt jetzt passt zwei profis am werk ja ja zwei halb profis gibt auch im ganzen richtig minus und minus und gibt plus also das sollte ja alles hoffentlich so stimmen also es kommt dann heute nachmittag um 15 uhr ist die folge oben auf jeden fall das seht ihr ja dann und könnt ihr mal in die kommentare schreiben was man in was man das geld investieren sollen ja aktuell bringt halt so futter und so das machen wir ja das noch nebenher und wir wollen halt mehr und mehr produktionen machen auch dann eventuell später mal die bäume mit den mit der pellet fabrik die ja auch wieder dazugekommen ist ich muss unbedingt die map updaten auf auf die 2.0 gibst du jetzt auch schon ja die ist auch schon einige tage jetzt draußen und ich vergesse es als dann muss ich den anderen server muss ich dann ready machen quasi das war dann darf der einen bergmann laufen und auf der anderen die marsch als was anders aber sonst wird es langweilig oder aus der recht schweizende gräuter zingeli muss man kraft vorgewände machen ja ich weiß es wieder wecker dann fahrs doch wenn du zufrieden bist warum machst du denn die 1 wenn du das immer machst ja ja das ist es mag der pion jetzt auch vorgewände also umgehen sein fall jetzt werde ich aber müde auf einmal du ja hier auch nochmal der aufruf wenn ihr bock habt mit zu machen dann kommt einfach mal auf unsere discord ist alles unten in der video beschreibung und sollte euch nix im wege stehen eigentlich voraussetzungen 18 jahre alt und dann sollte das eigentlich dann auch klappen da habe ich ja glück gehabt dass ich mitmachen darf ja und knapp 40 jahre alt 13 hallo höchstgrenze ist aber 26 da darf ich auch nicht mitmachen da darf ich auch nicht mitmachen ja da darf ich auch nicht mitmachen ja 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 da darf ich nicht da sonntag war auch war es auch wieder so heißt du nicht samstag war das sonder sonder status nichts gemacht warum auto einmal unterwegs hat mal 38 grad ja ein bisschen ja eine bier fest auch einmal bitte vor gewende vorne ja hätte ich gemacht ja gut was wir das schon mal sagen zufrieden bist so egal was machst du da präschen das ist wenn man zwischendrin einfach aufsteht bin ich gar nicht doch auch bist du nein willst du das denn gesehen das kann du kürzlich mal abtanken fahren wir können wir das bisschen wird fertig noch rein kriegen stelle ich einfach da bleibt da vorne gleich stehen da komme ich dann hin und fahr dann hoch zu oder ich hänge mich jetzt gleich hier mit gps rein fahr hinter mir her weil hier ist eh nicht ganz gerade hier wird gleich was stehen bleiben da geht unser geld wird dann ja schubkarre voll verloren schubkarre voll und blumenkern verloren ja 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 warum ist nicht gerade warum weil das beim gps hat gepasst hat dann machst du auch alleine ja ja muss ich gerade mal gucken ob unsere schneidwerke dingle nehmen überhaupt das schneidwerke alles gut ja das kriegen wir alles du ziehst jetzt gleich mal mir vorbei und fährst vor warum auf dem rückweg dass der pascal mich abtanken kann hast du da nix drinne mehr wie du das mag ja sein das ist ja ja zu frech guckt euch an wie sie da drinnen sitzt ja auf mich zu beobachten das ist doch gar nicht das ist doch gar nicht das ist doch gar nicht jetzt bin ich gespannt was du machst ich bin begeistert denkst du auch ich wär blöd nein nein niemals nein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut. Der macht hier ganze Hydraulik kaputt. Du würdest auch ein KmH schneller fahren, wenn du das Rohr eingefahren hättest du? Ja. Und was bringt mir das? KmH mehr. Zwei. Also. Fit 15. Sprains. Ein Toto. Die Ende gleich verkauft. Zirka 10.000. Bei der 15. Ja gut. Das lassen wir erstmal im Lager bis mal was Richtiges da. Aber ich weiß nicht wofür wir es. Okay. Ich schwör den Ulux vor dem Fenster. Ein Ulux? Ja. 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 Ist ja. Haben wir ja gleich abgeerntet das Dingelchen hier. 24 Meter Arbeitsbreite Ja Das war eine gute Investition mit dem Meldwäscher So, da sind wir auch schon fertig Für die Folge Genau Also wie gesagt nochmal der Aufruf Wenn es euch interessiert mal mitzumachen Kommt ins Discord, wenn ihr über 18 seid Natürlich, ihr könnt auch so ins Discord kommen Ich kann euch Kanäle erstellen Sind zwar schon welche da, wenn ihr mit Freunden zocken wollt Etc Jo, kommt vorbei Dann kriegt ihr den passenden Rang Und dann klappt das schon alles Und wie gesagt, beim Meldwäscher zocken Wenn ihr über 18 seid Und ihr passt ins Team Klappt das so Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Like-Button nicht vergessen Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Wir sind raus, bis denn dann Ciao, euer Plecky Servus